. . . . . . Ey, yo, ihr Motherfucker, wir sind wieder back. Bitch. Es wird definitiv ein wildes Jahr werden. Immer Vollgas, Harbgas gibt's gar nicht. Dieses Jahr wird eines der krassesten Jahre überhaupt. Mal gucken, wo die Reise hingeht in den nächsten Monaten. Es wird wie immer turbulent. Bei uns in der Familie geht's auf jeden Fall ab. Ich treffe die Lara, eine Agentin. Bist du bereit für L.A., für Hollywood? Das laufende Jahr ist definitiv das Härteste in meinem Leben. Es wird schon ein Lebensprojekt. Heute ist der wichtigste Termin, den Natascha beruflich hier hat. Da wünschen überall deine Fans. Ja, oh Gott. Wir proben können, unsere Reise nach Italien. Wird ein Abenteuer. Ach so, Herr Jimmy fehlt. Bestimmte Frauen können schon richtig was anrichten. Meine Unterschrift. Da spielt Familie gar keine Rolle mehr. Okay, hab ich alles? Jo. 30 Minuten nach, wir freuen uns schon. Ja, warum dauert das länger als geplant? Warum ist das Kind noch nicht da? Wie ernst das ist, weiß ich selber nicht. Sie ist seit ein paar Stunden erst drin. Leer ist an fünf Kabel, glaub ich, angeschlossen. Jeder hat geschrieben. Jedes hat sogar kommentiert. Mir hat sie gemeldet, aber leider zu spät. Mittlerweile hat es eine Grenze erreicht, wo es nicht mehr lustig ist. Wir sind bei einem Raum von meiner Emily. Die war meine beste Freundin, meine Schwester, die ich nie hatte, meine Bezugsperson. Liebe wird ewiglich, auch nach dem Tod. ? Bis gehen! Hallo. Hi.